Let's go! 1, 2, 1, 2, 3 Willkommen zu dem Livestream von Konzertvideo.ch Live bedeutet, die Session ist live Alles was ihr hier seht, schneide ich live und mische Es sind 4 Perspektiven Hallo Mit diesen Perspektiven kann ich auch zu euch kommen Mit 4 Kameras Gerne nehme ich auch das Autosignal von eurem Soundinch entgegen Oder ich mache den Sound selber Und denen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen Ich würde sagen, let's go! gefilmt Musik 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 Vielen Dank.